Spruch des Tages, Mittwoch, 20. Mai 2020, aus dem Gedicht Quellen des Lichts der tunesischen Dichterin Amina Saeed, 2003, in deutscher Übersetzung, erschienen. Sie dichtet. Ich errichte aus Schweigen und Worten einen bewussten Ausdruck. Der Rhythmus spricht mich vom Schwindel frei. Eine alte Weisheit. Der Wechsel von Schweigen, Stillsein, Lauschen, Beten und Reden. Sich ausdrücken, sich zuwenden, von dem reden, was wichtig ist. Auf den Wechsel kommt es an. Bleib bewahrt. Lebe recht.